Herzlich willkommen zu Captivate Kompakt. Mein Name ist Martin Urig und heute möchte ich Ihnen einen Überblick zum Thema klassische versus responsive Projekte in Captivate geben. Wenn Sie in Captivate ein neues Projekt erstellen, dann stehen Sie ja vor der Wahl, entweder ein leeres Projekt oder ein Projekt mit automatischer Anpassung anzulegen. Ein leeres Projekt ist ein klassisches Projekt, sprich ein Projekt mit fest definierter Auflösung und damit fixiertem Layout. Hier unten sehen Sie auch, Sie können hier eine Auflösung direkt festlegen. Wenn Sie ein responsives Projekt erstellen möchten, also ein Projekt mit automatischer Anpassung, dann haben Sie die Möglichkeit ein flexibles Layout zu erstellen. In Captivate gibt es hier zwei Formen von responsiven Projekten. Einmal den Fluid Box Modus und einmal den Breakpoint Modus. Beim Fluid Box Modus arbeite ich mit flexiblen Containern und beim Breakpoint Modus mit mehreren Layouts, die ab bestimmten Auflösungsgrößen automatisch greifen und angezeigt werden. Schauen wir uns das an einem Beispiel an. Ich habe hier eine einfache Titelseite, die ich jeweils in den verschiedenen Modi Ihnen mal zeigen möchte und hier mal in Form eines klassischen Projektes. Wenn ich hier die Größe des Browserfensters verändere bzw. damit auch einfach ein kleineres Display, zum Beispiel ein Tablet oder ein Smartphone simuliere, dann sehen Sie, je nach Größe muss der Lerner gegebenenfalls vertikal oder horizontal scrollen, um die gesamten Inhalte der Seite zu sehen. Das kann ich vermeiden bei einem klassischen Projekt, indem ich eben eine Skalierung einstelle und hier ist es dann so, dass sich das klassische Projekt immer an den zur Verfügung stehenden Platz anpasst, sprich entweder die Höhe oder Breite, je nachdem, was entsprechend kleiner ist. Somit kann ich mein Projekt auch problemlos auf einem Tablet darstellen. Je nach Größe des Smartphones könnte es allerdings sein, dass die Inhalte dann zu klein dargestellt werden und nicht mehr richtig lesbar sind. Hier kommen dann responsive Projekte zum Einsatz. Also immer, wenn Sie ein möglichst flexibles Layout benötigen und vor allem auch Smartphones und kleinere Displays unterstützen möchten, sind responsive Projekte interessant. Schauen wir uns hier mal ein responsives Projekt im Breakpoint-Modus an und hier sehen Sie, wenn ich die Browsergröße verkleinere, dann schieben sich die Inhalte zusammen und an einem bestimmten Punkt springe ich in das nächste Layout. Also ab einem bestimmten Breakpoint und Sie können in Captivate drei oder mehr Breakpoints definieren und auch jeweils definieren, ab welcher Breite das nächste Layout angezeigt werden soll. Hier können Sie auch dann frei einstellen, welche Objekte sich vielleicht verkleinern sollen, welche vielleicht getauscht werden sollen und können dann auch je nach Größe des Displays ein völlig anderes Layout darstellen. Das sehen wir auch, wenn wir hier dann in den Smartphone-Modus gehen. Das Icon hier ist in allen Sichten gleich, nur jeweils die Schrift darunter ist jetzt kleiner geworden. Diese Möglichkeit bieten Ihnen also nur responsive Projekte unterschiedliche Layout-Definitionen für unterschiedliche Geräte zu treffen und auch zu definieren, was besonders wichtig ist und was auf bestimmten Layout-Größen sichtbar sein soll. Diesen Breakpoint-Modus gibt es seit Captivate 8 und in Captivate 2017 wurde ein neuer, responsiver Modus eingeführt, nämlich der Fluid Box Modus. Im Fluid Box Modus arbeite ich mit flexiblen Containern, die ich dann mit Inhalt füllen kann und muss mich nicht mit verschiedenen Breakpoints beschäftigen, sondern ich arbeite mit Containern, denen ich eben zusätzliche Einstellungen gebe, die dann automatisch wirken, sobald nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht. Wie wir also sehen, passt sich hier mein Projekt auch automatisch an und im Gegensatz zum Breakpoint-Modus wirkt die Responsivität auch vertikal, sprich ich muss in ein Fluid Boxes Projekt niemals scrollen. Beim Breakpoint-Modus-Projekt muss ich gegebenenfalls auch scrollen, allerdings nur in der Höhe, sprich wenn in der Höhe nicht ausreichend Platz zur Verfügung steht, dann kann es sein, dass der Lerner scrollen muss, denn die Responsivität wirkt immer nur in der Breite. Beim Fluid Boxes Modus geht das in alle Richtungen. Schauen wir uns das Ganze auch einmal kurz in Captivate an. Hier das klassische Projekt, hier das Ganze im Breakpoint-Modus. Hier sehen Sie also die verschiedenen Layouts, die ich definieren kann, standardmäßig also drei verschiedene Layouts. Und hier kann ich dann jeweils meine gewünschten Definitionen treffen und auch das Layout verändern. Zum Beispiel könnte ich hier die Grafik entfernen und den Text nach oben schieben. Und im dritten Modus den Fluid Boxes Modus. Hier haben wir nicht diese Breakpoints, ich habe hier oben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Testlayouts zu wechseln, die allerdings keinen Einfluss hier auf das Layout haben und auch keine Variationen des Layouts erzeugen, sondern ich arbeite hier mit flexiblen Containern, über deren Eigenschaften ich den Fluss und das Umbruchverhalten steuern kann. Wann arbeite ich mit welchem Modus? Wenn Sie nur Desktop-Systeme, Laptops und größere Tablets unterstützen möchten, dann können Sie problemlos mit klassischen Projekten arbeiten und ersparen sich auch einen gewissen Mehraufwand an Zeit, den Sie bei responsiven Projekten einplanen müssen. Wenn Sie ein möglichst flexibles Layout benötigen und auch Smartphones unterstützen möchten, dann bieten sich sowohl der Breakpoint als auch der Fluid Boxes Modus an. Im Breakpoint-Modus können Sie je Breakpoint ein sehr individuelles Layout definieren. Allerdings beträgt der Zeitaufwand für die Produktion unter Umständen ein Vielfaches eines klassischen Projektes. Ein Nachteil dieses responsiven Modus ist auch, dass Sie nicht Mobile-First arbeiten können. Sie können also nicht einfach hier Ihr Layout definieren, denn Sie würden dann automatisch das Layout von den höher liegenden Layouts abkoppeln. Sprich, bei einem responsiven Projekt im Breakpoint-Modus müssen Sie immer Desktop-First arbeiten und im Anschluss können Sie dann die tiefer liegenden Layouts verfeinern. Zu guter Letzt müssen Sie bedenken, dass es unter Umständen sein kann, dass der Lerner vertikal scrollen muss. Das kann vor allem für Interaktionen wie zum Beispiel Drag & Drop sehr problematisch sein oder wenn Sie Folien animieren und der Lerner dadurch nicht alle Inhalte auf einmal sieht. Bei responsiven Projekten im Fluid Boxes Modus können Sie ein nicht ganz so individuelles Layout definieren wie im Breakpoint-Modus. Allerdings ist auch der Zeitaufwand geringer, da die flexiblen Boxen automatisierte Umbruchoptionen haben und Sie auch das Layout hier direkt im Bearbeitungsmodus schnell und einfach mittels der verschiedenen Testlayouts testen können und so der Workflow gegenüber Breakpoint-Projekten optimiert ist. Sie können auch auf Wunsch direkt in kleineren Layouts arbeiten, hier Ihre Inhalte anlegen und zum Beispiel in größeren Layouts dann Inhalte optional hinzufügen, die dann auf kleineren Geräten nicht mehr sichtbar sein sollen. Zu guter Letzt können Sie mit responsiven Projekten im Fluid Boxes Modus Projekte schaffen, bei denen der Lerner wie bei einem klassischen skalierenden Projekt nicht scrollen muss, sprich Sie können also auch Inhalte animieren oder Drag-and-Drop Interaktionen verwenden, ohne zu befürchten, dass der Lerner gegebenenfalls Inhalte nicht sieht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick verschaffen. Wenn Sie das hier alles noch einmal nachlesen möchten, finden Sie unten in den Shownotes einen Link zum entsprechenden Blogartikel auf techwriter.de. Dort können Sie auch unseren kostenfreien Newsletter abonnieren und bleiben damit laufend top informiert zum Thema Captivate. Wenn Sie diese Folge hilfreich fanden, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Captivaten. Ihr Martin Urig www.sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-sd-